dann wohl weiter bei dem neuen ort den ich gerade geöffnet habe hier werde ich auf jeden fall irgendwas finden die man nicht mit dem schwert angreifen ich will leben mit machen das bietet äußerst den ring an wenn man kann man nicht so an quatschen man nicht die ganze zeit mit dem reden will das ist doch kacke das ist ja so dumm ich krieg das nicht richtig doch drauf gehen ja bitte noch mehr schlagen okay ich muss hier ja wir spannendes gameplay buddeln ich probiere es gerade nicht aus weil die mir zu gefährlich sind hier wieder ein bisschen buddeln ach du fährst noch mal probieren neuer versuch du musst dir an die dann gehen was sollt ihr da machen fehlt dir das schild hast du immer noch die schrauben mit der mann was man kann käme und der schaufel angreifen falsche haben dass ich wieder schon mal ich bin ganz schön ja 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 na Ich wollte doch gerade weg man ach wenn nur was ich die scheiß texto da durchlesen will ok schade kann man nicht ändern ich bin nicht erst mal nicht gestorben bin also und gerade gehe ich jetzt mit dem halten herz war fast nicht scharfen ich steppe wieder und ich steppe wieder ich brauche die feier mit der aus wurde die beste folge ich hätte die schaufel probieren können diese frauen nicht lustigen tagtreiber kaum fangen wir an diese brücke zu geben symmetrie statt zu bauen da hauen sie ab in die pause ich warte schon ewig aber sie kommen nicht zurück bei dem tempo wird das nie etwas ich habe sie schon längst besucht um die gegend hier ist so unwiegsam zu fuß kommt man nicht meine lieblingsbeschäftigung spielt irgendwelche dinge oder personen ich glaube ich komme hier gerade nicht weiter ich glaube ich komme hier gerade nicht weiter also entweder wie ich komplett blind weil ich komme da nicht rüber der wahnsinn mein herr endlich habe ich euch gefunden das ist ja ein dickes bär ähnliches tier hat sich in den wäldern verirrt und findet nicht wieder heraus wir wollten ihn lediglich ein streichspiel doch nur das planlos umher helft ihr uns erst zu suchen versteht ihr unsere maria eilt euch ich warte am rande des waldes südlich von hier also wenn die kannst du überhaupt irgendwas es ist doch ich nicht zu fassen er hat angst vor geistern der verirrt sich im wald benny ist der unnötigste überall sein mann wenn ich verkackt auf ganzer linie wenigstens was ich tun muss ab in den fehlen weil ja die macher dachten sich so ein der fehlen weil der ist so schön da muss man nicht noch mal halt mein herr hier entlang das heißt gleich zumindest wäre man hier nie wieder hingekommen weil hier nichts weiter ist aber so hat man das wohl gelöst indem man benni hier auffällt aufhalten lässt keine ahnung also finden sich tiefe ja irgendwo im wald wo ist er dieser tun nicht gut gar nicht aber das ist warum machen die das denn die sind doch dafür verantwortlich dass das passiert und die wollen jetzt dass ich den bären finde und werden mir trotzdem die screenshine durcheinander schmeißen das ergibt ja gar keinen sinn aber bitte hilf uns diesen bären zu vertreiben aber wir werden jetzt im wald für dich verzauern dass du ihn nicht finden kannst das ergibt doch null sinn warum tun wie das denn wie sie nicht mal wir wissen genau wir wussten ja nicht was wir anrichten das ist das ist das ist das b das der das das ist ich Man musste wirklich random irgendwie die Screens absuchen, bis man mal Delia findet? Was? Ich bin die ganze Zeit falsch genau. Ich bin schon wieder hier gelandet. Kann ich mal anmerken, dass das das zweite Mal ist, dass ich Benni suchen musste und das mit Anstrengungen verbunden war? Vor lauter Wehrenhunger kann ich mich kaum bewegen. Oh, du bist... du hast... ich verließe mich jedes Mal bei Hast und Bist. Oh, mein Herr, ihr habt es gefunden. Wir gleiten euch so weit dran. Jaaaaaa. Wird ihr euch nicht mehr verirren? Ich erzähle, wir haben es nicht so gemeint, aber das Suchen macht mehr Spaß. What? Genau, ich würde es so gerne nochmal machen, ey. Das nächste Mal wird es aber schwieriger. Hallo. Müsst du wieder mit uns spielen, ja? Danke für eure Hilfe. Ich kenne deinen Namen auch nicht. Sag ihn mir bitte. Das kann man sich gut merken. Ich kenne uns doch schon. Warum hast du mich vorher nicht gefragt? Erster Friede wohnt nur, dass sie nur hast. Ich verließe mich jedes Mal, wer hast du bist. Ich will dir auch helfen, nimm diese... Oh, ich habe auch Vorsprung gedrückt. Du erhältst Bennys Flöte. Das ist ja ganz toll. Du willst nach Norden richtig? Okay, steig auf meinen... Ja. Also ist Bennys mein Begleiter in dem Spiel. Und nicht Rikki. Naja. Okay. Das ist dann wohl mein Schicksal. Aber immerhin habe ich mich 150 Rubine für die andere Flöte ausgegeben. Nee, ich gebe mich so auch nicht, ey. Ja. Okay. Ah, wir lesen uns mal kurz den Item-Text durch. Warte mal. Was ist das? Stimmt, muss ich das auch nochmal gucken. Ein einfaches Gewicht. Äh, hier. Bennys Flöte. Diese Flöte ruft Bennys herbei. So geht das. Jetzt komme ich hier weiter. Jetzt kann ich hier alles machen. Yeah. Aber ich musste nicht mal den Worts zu suchen. Ist das nicht toll? Hey. Mein Chef ist ein mieser Typ. Wir haben jetzt mal nicht dafür gesperrt, er sich aber immer. Äh, ja. Kommst du dann mit, oder? Hm. Uff, okay. Hahaha. Äh, wir suchen ja so weiter. Ah, lol. Hahaha. Jemrum. Na, ist noch einer. Hahaha. Weiter. Hm. Nein, nicht aufstrengen, nicht aufstrengen. Hier muss ich mal für sein, oder? Ein Ring. Nee. Ich bitte nicht. Wie viel kommt denn da raus? So, ne. Wieso bist du da? Äh, nee. Ich bin dahingestellt. Hahaha. Wer hat sich die ganze Schuld auf ihn entschieden? Mhm. Ja, geht erstmal klar. Ah, welch ein schöner Tag wird. Denkt denn da an Arbeit? Ich sollte ein Gedicht schreiben. Hey. Und es gefällt mir nicht, dass niemand weggeht von seiner Position. Gefällt mir ganz und gar nicht. Nicht, dass ich das jetzt hier alles umsonst noch und wieder nochmal abklappern muss. Hm. Naja, erstmal weitermachen. Boah. Das war heftig. Ein weitläufiges Gebiet, wohl. Äh, worauf ich dich noch unbedingt? Ja. Da ist noch so einer. Warum kann man hier hin? Was soll denn hier sein? Oh, was ist das hier für ne Passage? Warum wird das meins Dienst mir nix bringen? Tja. Vielleicht ein Gashavit versteckt oder so? Nee, da ist ein Stein in mich. Ich muss schon ein bisschen hingucken. Ich hab immer noch da oben hingeguckt. Er will einen wirklich zu dem Demetria-Stadtruinen bauen. Aber niemand benötigt so ein Ding. Also kein Grund zur Eile, oder? Let's scheiße. Also warum macht hier nix? Wieso starte ich denn bei dem Typen? Das ist echt geil. Ne, nochmal ne Hülle. Ah. Ja, meine Beschwerden lindern, die nur durchs ins Loch fallen verursacht wurden. Weil ich mit Bely nicht umgehen kann. Das ist ein störrisches Tier. Hm. Jetzt haben wir drei gefunden. Aller guten Dinge sind drei. Hey, ich werde jetzt mal mit dem Typen da wieder reden. Hey. Du, 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 du. Ja, wir bist jetzt hier. Warum kommen wir an? Die Rüge. Würdest du die rumtragen? Was? Das Gelände hier ist recht unwegsam. Daher kommt man ja. Ich muss das also erstmal aktivieren. Das ist ja klasse. Na dann finde ich nochmal. Das ist sehr, sehr cool, dass ich das aktivieren musste. Ja. Ja. Boah. Das ist wieder mal LP-Streckungs-Material, was die gerade geschieht. Ach mein Chef. Na gut, ich gehe. Ey. Wenigstens habe ich mir die Dialunge angehört. Die hätten wir sonst verpasst. Also war schon nicht so blöd, das zu machen. Jo. Da schaffst du das, hier runter zu kommen. Da schaffst du das wirklich. Darunter zu kommen. Und dann ist dann eine Sackgasse. Was soll man denn dazu noch sagen? Kopf ab. Ey. Was ein Car. Immer noch besser als die Tokai-Item-Tausch-Quest. Hä, mein Chef? Oh, das wäre so hier noch nie geliebt. Na ja. Ihr seid so doof. Du musst euch echt zweimal anquatschen, damit ihr abhaut. Warum? Ich mache hier mehr Arbeit als die mit der Brücke dann. Faul-Pack. Boah. Alter. Ich kriege das nicht hin mit Benny. Hier umzugehen. Ja, fliegt mir immer irgendwie vorher noch. Ich weiß auch nicht warum. Mann, du satt weiter! Ey, jetzt hat er den Überflug seines Lebens gemacht. Und man die ganze Zeit oben in der Luft bis ganz nach links. Ich schick's nicht, ey. Ich schick' ihn nicht. Oh Gott, nee. Die fliegen ja auch, dann treffen die mich. Oh ja, hier war der Speed, wo ich nicht weiterkomme. Warum auch immer. Hier stehen bleiben. Und hier stehen bleiben. Und hier stehen bleiben. Und ich schaff's. Ja, mein Chef? Ja. Klasse. Und ey, ich muss nicht zurück. Immerhin das. Immerhin das. Da sind sie ja. Etwas spät, was? Also an der Arbeit. Keine Pause mehr, bis die Brücke steht. Und dann war mein Stuhl wieder. Jawohl, Chef. Mein Stuhl macht sich heute mehrmals bemerkbar. Wollt ihr meinen Stuhl auch reparieren? Wir sind fertig, Chef. Was? Ihr seid schon fertig? Die hätten das so schnell legen können. Faulenzen, lieber. Hätte nicht gedacht, dass ihr Trottel auch arbeiten geht. Die haben das in zwei Sekunden erledigt. Aber wir haben keine Zeit für Pausen auf. Der nächste Auftrag beantwortet. Ja, wohl, Chef. Ich hab mehr machen müssen als die. Penner, ey. Aber ihr seid ja keine Penner mehr gewesen. Das war ja tüchtig. Die Klö... Ich bin danach ganz süchtig. Die Klöße sind mir wichtig. Ja, das ist ein Reim oft tüchtig. Aber das kommt gar nicht in den Text vor. Oder eine Miet. Und sie geht hier erst dann.